Hallo Leute, Apple hat mit macOS 12.4 ein neues Update für den Mac bzw. macOS Monterey veröffentlicht. Und in diesem Video zeige ich euch wie immer alles, was ihr über das neue Update wissen müsst. Neben macOS 12.4 hat Apple auch ein neues Update für das Studio-Display veröffentlicht. Auch auf das werde ich dann später noch genauer eingehen. Unter macOS 12.4 jedenfalls gibt es jetzt mal ein neues Hintergrundbild. In den Einstellungen unter Schreibtisch und Bildschirmschoner finden wir hier unten das Bild, mit welchem Apple das Studio-Display vorgestellt hat. Mit dem man es zum Beispiel auch auf der Apple-Website findet. Das Bild wird mir nach dem Update auch auf meinem MacBook Pro, aber auch auf einem Intel iMac 2020 angezeigt. Woraus ich schließe, dass das Ganze nicht auf den Mac Studio oder das Studio-Display beschränkt ist. Bleiben wir hier gleich in den Einstellungen. Unter Displays gibt es ja die unter macOS 12.3 veröffentlichte Funktion universelle Steuerung oder auf Deutsch Universal Control. Seit Release dieser Funktion wurde das ja hier noch als Beta gekennzeichnet. Das ist jetzt aber mit macOS 12.4 vorbei. Universal Control ist also jetzt offiziell aus der Beta-Phase draußen. Und man kann davon ausgehen, dass das Ganze jetzt unter macOS 12.4 insgesamt nochmal besser und zuverlässiger funktionieren sollte. Falls man das dann mit einem iPad zusammen benutzt, ist es ganz wichtig, dass man auch auf dem iPad iPadOS 15.5 installiert hat. Denn auch hier ist gegenüber 15.4 die Bezeichnung Beta verschwunden. Also beide Geräte sollten auf dem neuesten Stand sein mit macOS 12.4 bzw. iPadOS 15.5, damit das Ganze dann auch wirklich korrekt funktioniert. Und wer sich ganz allgemein für diese Funktion interessiert, darüber habe ich vor nicht allzu langer Zeit ein eigenes Video gemacht, wo ich alles zeige, was man über Universal Control wissen muss. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und in den Kommentaren ganz oben angepinnt. Machen wir weiter mit der Podcasts-App unter 12.4. Gehe ich da oben in die Podcasts-Einstellungen, gibt es jetzt hier ein paar Veränderungen. Ich zeige euch mal, wie das Ganze vor dem Update hier jetzt unter 12.3.1 ausgesehen hat. Im Bereich Allgemein hatten wir nur diesen einen Punkt und im Bereich Erweitert hatten wir mehrere Einstellungen. Wie zum Beispiel Folgen beim Sichernladen oder den Punkt Mediathek. Aus diesem Bereich hat jetzt Apple vieles entfernt und in den Bereich Allgemein gepackt. Und unter anderem gibt es jetzt hier ganz unten eine ganz neue Einstellung. Unter automatisch laden kann ich jetzt eine Höchstgrenze für automatische Downloads festlegen. Ich kann es komplett ausschalten, auf alle neuen Folgen einstellen oder dazwischen unter bestimmten Kriterien einschränken. Für macOS 12.4 gibt Apple auch an, dass es Unterstützung für das Studio Display Update 15.5 mit sich bringt. Und tatsächlich wurde mir dieses Studio Display Update erst angezeigt, nachdem ich meinen Mac auf macOS 12.4 aktualisiert hatte. Für dieses Update gibt Apple an, dass es Verbesserungen für die Kamera mit sich bringt. Nachdem die Kameraqualität ja seit Release des Studio Displays unter Kritik stand, soll das nach dem Update jetzt verbessert worden sein. Unter anderem eine bessere Rauschunterdrückung, aber eben auch allgemein eine qualitative Verbesserung des Bildes. Und wie erste Tests oder erste Vergleiche zeigen, soll sich die Qualität auf jeden Fall mal verbessert haben. Die aktuelle Firmware-Version des Studio Displays kann man prüfen, indem man hier oben auf über diesen Mac und danach auf Systembericht klickt oder hier gleich einfach die Option-Taste gedrückt hält und dann auf Systeminformationen klickt. Im dann erschienenen Fenster finde ich unter Grafik und Displays hier Informationen zum angeschlossenen Studio Display. Unter anderem eben die aktuelle Firmware-Version. Ja und ganz allgemein bringt so ein Update sowieso auch wie immer Fehlerbebungen und Stabilitätsverbesserungen mit sich. Einige Bugs gibt es unter macOS Monterey immer noch. Also falls jemand unter macOS Monterey auf seinem Mac bisher immer noch Probleme hatte oder irgendetwas nicht zufriedenstellend lief, bei dem könnte das Update vielleicht helfen. Und gerade in dieser Hinsicht könnt ihr natürlich auch gerne eure Erfahrung in die Kommentare schreiben. Ein wichtiger Punkt sind hier definitiv auch Sicherheitsupdates bzw. geschlossene Sicherheitslücken. Wie wir sehen können, hat Apple auch Sicherheitsupdates für macOS Big Sur und macOS Catalina veröffentlicht, sowie auch für Safari 15.5 unter Big Sur und Catalina. Aber gerade unter macOS Monterey 12.4 findet sich eine ganz schön große Menge an geschlossenen Sicherheitslücken. Also schaut euch mal diese lange Liste an. Insgesamt sind hier knapp über 50 Einträge zu finden. Also gerade bei so etwas sage ich dann auch immer gerne, dass es alleine deswegen empfehlenswert wäre, dieses Update zu installieren. Und natürlich kann es auch sein, dass so ein Update die gefühlte Performance und Stabilität im Alltag, sowie auch die Akkulaufzeit auf MacBooks optimiert. Ich persönlich kann mich da ehrlich gesagt nicht beschweren, bei mir treten keine gröberen Probleme oder Fehler im Alltag auf. Die meiste Zeit funktioniert alles ganz gut. Aber da muss ich auch dazu sagen, gerade hinsichtlich Performance ist es auch schwer, sich bei einem M1 Max oder M1 Ultra zu beschweren. Deswegen möchte ich an der Stelle auch mal euch fragen. Immerhin, wir nutzen alle unterschiedliche Macs, die auch unterschiedlich konfiguriert sind. Wir machen alle unterschiedliche Dinge, haben unterschiedliche Anforderungen. Entsprechend sehen ja dann auch die Erfahrungen und natürlich auch die Probleme, die eventuell auftreten, ganz unterschiedlich aus. Also wie läuft macOS Monterey bei euch ganz allgemein? Und hat sich nach dem Update auf 12.4 irgendetwas merkbar verbessert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten können wir auch schon ganz gespannt auf die WWDC 2022 blicken, wo Apple aller Voraussicht nach die nächste neue große Version von macOS vorstellen wird. Wo es dann auch wieder eine größere Menge an neuen Funktionen und Veränderungen geben sollte. Ja und damit war das dann auch schon alles, was ihr über macOS 12.4 und das Studio Display Update 15.5 wissen müsst. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos schon mehr dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.